Die Pädiatrische Neurochirurgie am Universitätskinderspital Beider Basel kümmert sich um Krankheiten wie kindliche Missbildungen, Krankheiten wie Hirntumoren, Rückenmarkstumoren. Wir kümmern uns um Kinder, die eine Verletzung am Kopf, am Gehirn oder an der Wirbelsäule erlitten haben. Wir behandeln Kinder im Neugeborenenalter, im Kindesalter und auch im Jugendlichenalter hier am UKBB. Mein Name ist Raphael Gutzmann. Ich bin Chefarzt der Pädiatrischen Neurochirurgie hier am Universitätskinderspital Beider Basel. Mein Name ist Maria Litschi. Ich bin Oberärztin der Pädiatrischen Neurochirurgie am UKBB. Ich bin Yehuda Sollemann. Ich bin Leiter der Arzt der Pädiatrischen Neurochirurgie am UKBB. Unser Team ist schweizweit einzigartig. Unser Team besteht aus Ärztinnen und Ärzten, welche dediziert sich um die Kinderneurochirurgie kümmern. Im Fokus unseres Handelns steht ganz klar die Fürsorge und optimale Behandlung Ihres Kindes. Der erste Kontakt mit Ihnen und Ihrem Kind erfolgt entweder hier auf der Polyklinik oder entsprechend der Dringlichkeit auf der Notfallstation. Bei diesem Treffen werden Sie von einem pädiatrischen Neurochirurgien beraten. Teilweise sind die Krankheitsbilder, welche wir hier am UKBB behandeln, sehr selten und sehr komplex. Darum arbeiten wir hier am UKBB in grossen interdisziplinären Teams mit Spezialisten aus der Kindermedizin. So arbeiten wir zum Beispiel zusammen mit der kindlichen Wirbelsäulenorthopädie, wir arbeiten eng zusammen mit der pädiatrischen Radiologie, mit der Kieferchirurgie, mit der Kinderintensivmedizin, mit der Kinderneurologie, mit der Kinderanästhesie, um nur einige zu nennen. Dies ist ganz wichtig, um eine optimale Behandlung Ihres Kindes gewährleisten zu können. Wenn wir den bestmöglichen Therapieansatz Ihres Kindes festgelegt haben, würden wir diesen mit Ihnen zusammen besprechen, damit wir die beste Therapie für Ihr Kind festlegen können. Uns ist wichtig, dass Sie beim Prozess mit involviert sind und diesen auch gut verstehen. Damit die Behandlung erfolgreich verläuft, stehen uns am UKBB die modernsten Techniken und Geräte zur Verfügung. Wir operieren und behandeln nach modernstem und aktuellstem Stand der Wissenschaft. Und es steht uns am UKBB auch ein eingespieltes und sehr erfahrenes Team von Anästhesisten, Intensivmediziner, Pflegepersonen sowie Operationstechniker zur Verfügung. Dank der raschen technologischen Fortschritte verfeinern sich auch die Operationstechniken. Wir entwickeln ständig neue, weniger invasive Operationsmethoden, die sicherer sind und die wir den Kindern am UKBB in modernster Technologie anbieten können. Wir sind auch direkt in der Forschung involviert, um diese Operationsmethoden ständig zu verbessern. Wir beteiligen uns zudem aktiv an klinischen Studien, die wir selber initiieren oder mitforschen. Diese Studien haben das Ziel, Behandlungsmethoden, die schon bestehen, zu verbessern und auch neue Behandlungen entwickeln. Und immer mit dem Ziel, unseren Patientinnen und Patienten besser helfen zu können. Die Nachsorge und nachhaltige Betreuung ihres Kindes nach einer Operation ist integraler Bestandteil der pädiatrischen Neurochirurgie. Am UKBB arbeiten wir hierfür eng mit verschiedenen Therapiedisziplinen zusammen. Diese kümmern sich, falls notwendig, bereits während der Hospitalisation, aber auch Wochen und Monate danach um eine intensive, optimale und individualisierte Erholung ihres Kindes. Alle unsere Patienten werden teils über Jahre in der pädiatrischen Neurochirurgischen Sprechstunde oder aber in einer spezifischen interdisziplinären Sprechstunde nachbetreut. Ihr Kind wächst mit uns mit. Unser oberstes Ziel ist eine optimale Behandlung ihres Kindes zu bieten und eine langfristige Betreuung zu gewährleisten. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. 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 Siamo qui per aiutarvi.